BearingPoint ist ein Software- und Consulting-Unternehmen. Ich bin Lehrling im zweiten Lehrjahr und meine Aufgaben sind Module abzuarbeiten. Da geht es quasi um meine komplette Ausbildung von der theoretischen bis zur praktischen Seite. Meine Position bei BearingPoint ist System Analyst und ich entwickle Software. Momentan noch als Junior, das bedeutet einfach noch relativ einfache Sachen und ich bin eben im Alltag mit dabei mit meinen Senior-Kollegen und mache halt alles, was ansteht sozusagen. Wir sind im 14. Stock, wie man hier hinten sieht. Wir sind aufgeteilt in den Consulting-Bereich mit Shared Desks. Da haben die Mitarbeiter keine fixen Arbeitsplätze und im IT-Bereich hat jedes Team sein Büro und hat fixe Arbeitsplätze. Wir haben die modernsten und wirklich die neuesten Equipment. Bei uns alle Consultants und Developer bekommen eben dementsprechend die Laptops und Handys. Gleichzeitig, damit wir auch mobil arbeiten können, ist auch eine SIM-Karte inkludiert. Das heißt, man kann von überall arbeiten und man hat auch Internetzugang. Bei BearingPoint GmbH kann man gut aufsteigen, hat man gute Aufstiegsmöglichkeiten. Ich kam zum Beispiel schon als Praktikantin in die Firma, wurde dann zum System Analyst und in diesem Jahr, im Laufe dieses Jahres, hoffe ich dann auch noch aufzusteigen zum Senior System Analyst. Am Anfang des Jahres setzen wir uns immer zusammen und schauen, in welche Richtungen die Technologien gehen sollen, wo wir die Schwerpunkte setzen, momentan zum Beispiel im Cloud-Bereich, da stellen wir alles eigentlich zur Verfügung, auch Zertifizierungen. Vor kurzem haben wir erst einen Programmierkurs gemacht. Das war sehr interessant, dass es um Python gegangen, also um die grundlegenden Sachen von Python. Für die Manager und Senior Manager gibt es die Möglichkeit, ein Management-Programm an der Yale University zu machen, was extrem super ist. Wir haben einen Betriebsarzt, der eben für alle Probleme da ist. Vor kurzem habe ich erst eine Zeckenimpfung erhalten. Dann haben wir ein internes Fitnessstudio. Wir haben generell sehr viel Sport, Yoga, Pilates, Meditation. Also es ist wirklich ein breit gefächertes Angebot. Wir bekommen monatlich Gutscheine, mit denen können wir essen gehen und es gibt auch verschiedene Bonis, quasi wenn man in der Berufsschule gut abschließt oder während der Lehrzeit sich gut anstellt. Wir bei BearingPoint arbeiten auf Augenhöhe. Wir lassen unsere Mitarbeiterinnen auch mitreden. Sie können jederzeit Vorschläge einbringen und wir haben auch jede Menge Spaß. Wenn ich an die BearingPoint denke, denke ich in erster Linie an Familiarität, Zusammenhalt und einfach Weiterentwicklung.